Ist der Mensch ein wunderliches Geschöpf Einem König von Frankreich wurde durch seinen Kammerdiener der Namen eines Mannes genannt, der das 75. Jahr zurückgelegt habe und noch nie aus Paris herausgekommen sei. Er wisse noch auf diese Stunde nicht anders als vom Hörensagen, was eine Landstraße sei oder ein Ackerfeld oder der Frühling. Man könnte ihm weismachen, die Welt sei schon vor 20 Jahren untergegangen, er müsse es glauben. Der König fragte, ob denn der Mann kränklich oder gebrechlich sei. Nein, sagte der Kammerdiener, er ist so gesund wie der Fisch im Wasser. Oder ob er trübsinnig sei. Nein, es ist ihm so wohl wie dem Vogel im Hanfsamen. Oder ob er durch seiner Hände Arbeit eine zahlreiche Familie zu ernähren habe. Nein, er ist ein wohlhabender Mann. Er mag eben nicht. Es nimmt ihn nicht Wunder. Des verwunderte sich der König und wünschte, diesen Menschen zu sehen. Der Wunsch eines Königs von Frankreich ist bald erfüllt. Zwar auch nicht jeder, aber dieser. Und der König redete mit dem Menschen von allerlei, ob er schon lange gesund und wohl auf sei. Ja, es hier, erwiderte er. All bereits 75 Jahre. Ob er in Paris geboren sei. Ja, es hier, es müsste kurios zugegangen sein, wie ich anders hineingekommen wäre, denn ich bin noch nie draußen gewesen. Das soll mich doch Wunder nehmen, erwiderte der König. Denn eben deswegen habe ich euch rufen lassen. Ich höre, dass ihr allerlei verdächtige Gänge macht, bald zu diesem Tor hinaus, bald zu jenem. Wisst ihr, dass man schon lange auf euch Achtung gibt? Der Mann war über diesen Vorwurf ganz erstaunt und wollte sich entschuldigen. Das müsse ein anderer sein, der seinen Namen führe oder so. Aber der König fiel ihm in die Rede. Kein Wort mehr. Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft nicht mehr aus der Stadt gehen, ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Ein rechter Pariser, wenn ihm der König etwas befiehlt, denkt nicht lange, ob es notwendig sei und ob es nicht auch anders ebenso gut sein könnte, sondern er tut's. Der Unsrige war ein Rechter. Obgleich, als auf seinem Heimweg die Postkutsche vor ihm vorbei fuhr, dachte er, »Oh, ihr Glücklichen da drinnen, dass ihr aus Paris hinaus dürft!« Als er nach Hause kam, las er die Zeitung wie alle Tage. Aber diesmal fand er nicht viel drin. Er schaute zum Fenster hinaus, das war auf einmal so langweilig. Er las in einem Buch, das war auf einmal so einfältig. Er ging spazieren, er ging in die Komödie, in das Wirtshaus, das war so alltäglich. So das erste Vierteljahr lang, so das zweite, und mehr als einmal im Gasthaus sagte er zu seinen Nachbarn, »Freunde, es ist ein hartes Wort, 75 Jahre kontinuierlich in Paris gelebt zu haben und jetzt erst nicht hinaus zu dürfen.« Endlich, im dritten Vierteljahr, konnte er es nicht mehr aushalten, sondern meldete sich einen Tag um den anderen wegen der Erlaubnis. Das Wetter sei so hübsch, oder es sei heute ein schöner Regentag. Er wolle sich gern auf seine Kosten von einem vertrauten Mann begleiten lassen, wenn es sein müsse auch von zweien. Aber vergebens. Nach Verlauf aber eines schmerzlich durchlebten Jahres, gerade am nämlichen Tage, als er abends nach Hause kam, fragte er mit bösem Gesicht die Frau, »Was ist das für ein neues Kaläschlein im Hof? Wer will mich zum Besten haben?« »Herzensschatz«, antwortete die Frau, »ich habe dich überall suchen lassen. Der König schenkt dir das Kaläschlein und die Erlaubnis darin, spazieren zu fahren, wohin du willst.« »Ma foi«, erwiderte der Mann mit besänftigter Miene, »der König ist gerecht.« »Aber nicht wahr, fuhr die Gattin fort, morgen fahren wir spazieren aufs Land?« »Ein nun«, erwiderte der Mann kalt und ruhig, »wir wollen sehen. Wenn's auch morgen nicht ist, so kann's ein andermal sein, und am Ende, was tun wir draußen? Paris ist doch am schönsten inwendig.«